Kapitel 20 Ausflüge Narcissa und Regulus saßen lesend auf der Varanna, als eine gute Stunde später Harry und Cerys die Treppe vom Strand emporstiegen. Narcissa legte ihr Buch zur Seite und sah die beiden gespielt empört an. »Ach nein, die Herren Snail Potter lassen sich auch mal wieder sehen. Wir wollten schon einen Suchtrupp nach euch schicken.« Vater und Sohn grinsen sich an. »Tut mir leid, Cesar, wir haben wirklich die Zeit vergessen. « sagte Cerys und lächelte seinen Partner an, der ihn mit einem Kuss begrüßte. »Na, so leicht kommt ihr mir nicht davon. Regulus geht mit den Jungs ins Dorf, um eine Kleinigkeit einzukaufen, und du hilfst mir mit dem Rest für heute Abend.« Solstens nickte der Tränkemeister, er wusste, Widerrede wäre sinnlos. »Na schön, ich muss sowieso mit Luke reden, er kommt ja bald.« Verschwörisch zwinkerte er seinem Sohn zu. »Gut, also dann, Harry, würdest du bitte Draco holen? Er müsste in eurem Zimmer sein.« Der Junge nickte schnell und verschwand im Haus. Er fand den Slytherin lesend auf dem Bett liegend vor. »Ähm, ich soll dich holen. Wir sollen mit Regulus ins Dorf.« Erschrocken ließ Draco das Buch fallen. »Bei Merlin, Potter, erschreck mich doch nicht so.« Der Blonde stand auf, zerrte ein graues Sweatshirt aus dem Schrank und zog es sich über. Er lief auf Harry zu, der noch immer in der Tür stand und zog ihn an der Hand aus dem Zimmer. Zum Glück sah er nicht, dass der junge Gryffindor leicht rot anlief. An der Haustür wartete bereits Regulus auf die beiden. Genau wie die Jungs trug er Muggelsachen. Heute hat er sich für eine dunkelblaue Jeans und ein grünes T-Shirt entschieden. Als die Jungen nach unten kamen, zog er sich gerade einen schwarzen Windparker über. »Ah, da seid ihr ja. Dann mal los.« Er öffnete die Tür und ließ Harry und Draco den Vortritt. »Lass uns dort auf die Anhöhe gehen. Ab da sollten wir apparieren können.« Gequält sahen sich die beiden Teenager an. Beide waren keine Fans des Apparierens. Und auch wenn Draco wusste, wie weit das Dorf entfernt war, so hatte er insgeheim auf eine andere Beförderungsmaßnahme gehofft. Als sie nach gut zehn Minuten auf der Anhöhe standen, bot sich ihnen ein atemberaubender Blick über die sturmgepeitschte Landschaft. Das Cottage lag nur als weißer Fleck einen guten Kilometer hinter ihn. Das Meer und die darauf tanzenden Wellen lagen noch dahinter. Sonst konnte man, soweit das Auge reichte, nur flaches Land erkennen, ab und zu unterbrochen von wenigen Bäumen. Der Wind blies hier oben schon heftiger und Harry zog die Jacke instinktiv enger an den Körper. »Alles okay? Frierst du?«, wollte Draco nun wissen, aber Harry schüttelte ihm schnell den Kopf. »So, kommt her! Jeder nimmt einen Arm und dann gut festhalten!« sagte nun Regulus und tritt seine Arme auf von den Jungen entgegen. Sehr langsam griffen Harry und Draco nach jeweils einem Arm und ehe sie sich versahen, spürten beide wieder das Ziehen hinter dem Bauchnabel. Das Erste, was der Gryffindor spürte, als der Schwinde nachließ, waren Pflastersteine unter seinen Schuhen. Er öffnete die Augen und ließ den Arm seines Paten los, nur um gleich darauf nach vorne zu taumeln. Es war Draco zu verdanken, dass der Dunkelhaarige nicht mit dem Gesicht voran auf dem Pflaster aufschlug. »Geht's?«, wollte der Blonde besorgt wissen. Auch er war ordentlich blass um die Nase, wie Harry feststellen musste. Er nickte und rappelte sich auf, noch immer hielt ihn Draco im Arm fest. Erst als er sicher war, dass Harry feststand, ließ er ihn los. Nun sah dieser sich interessiert um. Sie standen offenbar in einer kleinen Gasse zwischen weiß getünchten Häusern. Es war auch hier im Dorf nach Salz, das Meer konnte also nicht weit entfernt sein. Dazu mischte sich der Geruch nach Lavendel, Holz und Brot. Regulus war bereits einige Meter vorausgelaufen und winkte die Jungs zu sich. Draco und Harry folgten ihm und fanden sich unvermittelt auf einer breiten Pflasterstraße wieder. Links und rechts standen Häuschen. Alle waren redgedeckt und manche hatten ein Fachwerkmuster. In aufgestellten Blumenkübeln wuchsen überall Lavendel und andere Wildblumen. Die Straße war gesäumt von Kastanien und Robinien. In den kleinen Straßencafés saßen Menschen und lachten. Harry konnte sich nicht sattsehen an dem kleinen Dorf. Hier zu leben, das konnte sich der Junge durchaus vorstellen. Der kleine Ort wirkte wie die Orte, in denen Zauberer lebten, kaum vorstellbar, dass es hier nur Muggel gab. Belustig beobachtete Draco den anderen. Die strahlenden grünen Augen, die jeden Zentimeter des Ortes erkundeten. Diese Staunen war es, welches Draco immer wieder zeigte, wie wenig Harry bis jetzt gesehen hatte. »Und wohin jetzt?« fragte er seinen Paten. Regulus stand an eine Kastanie gelehnt und beobachtete die Umgebung. »Deine Mutter sagt, wir sollen zwei Brote kaufen. Dann machen wir das mal. Kommt!« Er zeigte einige hundert Meter die Straße hinauf. Dort konnte man das Schild mit der Aufschrift »Bäckerei« deutlich lesen. Die Jungen schlossen zu ihm auf. »Wenn uns jemand fragt, dann seid ihr meine Söhne und wir sind auf der Durchreise. Auch wenn es hier wohl nur Muggel gibt, lasst uns kein Risiko eingehen.« Eintritt sah der Heiler die Teenager an. Beide nickten und liefen hinter ihrem Vater her. »Sag mal, Reg, hast du denn Muggelgeld?« wollte Harry nun wissen. »Ähm, ja, Narzissa hat mir was gegeben. Ob das reicht?« Der Black holte einige Scheine aus seiner Tasche. Kopfschüttelnd starrte der Gryffender auf das Geld. »Das sind ja mindestens zweihundert Pfund. Das ist viel zu viel. Lass mich das machen. Ich musste mal einkaufen gehen.« Ohne groß eine Antwort abzuwarten, zog Harry eine Zehn-Pund-Note aus dem Bündel Geldscheine und stopfte den Rest wieder in die Tasche des Heilers. Kurze Zeit später standen sie vor der Bäckerei, aus der es wunderbar nach Brot, Kuchen und Keksen duftete. Harry ging vor und als er die Tür öffnete, ertönte eine kleine Glocke. Der Laden war klein, aber von oben bis unten mit Regalen bestückt. Hier lang Brot, Brötchen, Kekse, Kuchen und andere Leckereien dicht an dicht. Hinter der Theke stand eine ältere Frau mit einer Schürze und lächelte den Besucher freundlich an. »Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?« »Guten Tag, wir würden gern zwei Brote kaufen«, sagte Harry und sah sich hilfesuchend nach Regalus um. Dieser trat nun hinter ihn und nickte der Frau freundlich zu. »Oh, und da hätten wir einige. Welches denn genau?« Die Verkäuferin wies mit dem Arm auf die vollen Regale und sich erkratzte sich der Heiler am Kopf. »Ähm, können Sie was empfehlen?« fragte er nun. Die Dame nickte und holte zwei Brote aus einem Regal ganz in ihrer Nähe. »Das Walnussbrot und unser berühmtes Lavendelbrot, das müssen Sie probieren.« Zustimmt nickte Regalus. »Okay, das würden wir gern nehmen«, sagte Harry und die Verkäuferin begann lächelnd, die Brote zu verpacken. Draco stand inzwischen vor der Auslage mit Kuchen, besonders die Zimtschnecken schienen ihn zu interessieren. Der Gryffindor grinste, er wusste ja von der Vorliebe des Blonden. »Ach, und wir hätten gerne noch drei Zimtschnecken«, sagte er schnell und lächelte, als Draco ihn überrascht ansah. »Gerne, das macht an acht Pfund, bitte«, sagte die Dame, verpackte den Kuchen und reichte sie zusammen mit den Broten über die Theke. Harry gab ihr die zehn Pfundnote. »Danke, das stimmt so«, sagte er und gab die Sachen an Draco und Regalus. Die Dame lächelte ihn dankbar an. »Sehr nett, vielen Dank. Wohnen Sie hier im Dorf?« wollte sie nun an den jungen Black-Gewand wissen. »Nein, meine Söhne und ich sind nur auf der Durchreise«, antwortete er und zog die Jungen dicht an sich. »Ach, das ist ja nett, sehr gut erzogen die beiden. Wie alt seid ihr denn?« »Sechzehn«, antworteten Draco und Harry gleichzeitig. »Oh, Zwillinge, na sicher zwei, aber gewisse Ähnlichkeiten sind da, du kommst sicher ganz nach deinem Vater.« Die Verkäuferin lächelte Harry zu. Der verkniff sich ein Grinsen und nickte nur schnell. »So, wir müssen dann auch. Vielen Dank und auf Wiedersehen.« Regalus schob die beiden Jungen nach draußen. Die Dame winkte ihn hinterher und Drake und der Gryffindor winkten zurück. Vor der Tür brachen alle in Gelächter aus. »Bei Merlin, Zwillinge, nicht mal ansatzweise«, prustete der Blonde. Auch Harry konnte sich vor Lachen »Komm, auf den Bein halten«. »Sagte er dem Vater ja nicht, dass die Frau meinte, wir sehen uns ähnlich. Da wäre er sicher beleidigt.« Regalus grinst so sein Patenkind schämisch an. Sie liefen einige Meter weiter. Am Ende der großen Pflasterstraße lag ganz plötzlich das Meer vor ihnen. Über einen schmalen Zugang kam man direkt an den fast menschenleeren Strand. Nur einige Fischer mit wettergegärbten Gesichtern saßen zusammen auf Treibholz und flickten ihre Netze. Regalus und die Jungen suchten sich einen Platz in den Dünen zwischen hohem Strandhafer. Der Heiler reichte den Jungen je eine Zimtschnecke. Harry kannte das Gebäck aus Hogwarts, aber diese waren noch einmal um einiges besser. Schweigend saßen sie im Sand, aßen den Kuchen und sahen aufs Meer. Die Sonne stand bereits tief, als sie sich langsam auf den Rückweg machten. Der Wind hatte wieder etwas zugenommen und nun fing Harry wirklich an zu frieren. Eng zog er die Haka an seinen Körper, während er hinter Drake und Regalus die Pflasterstraße entlang lief. Besorgt saß sich der Blonde nach dem Dunkelhaarigen um. Er hielt den Jungen Heiler am Arm fest, damit er stehen blieb. Harry, du frierst, das ist nicht gut. Der Slytherin griff nach der Hand des anderen Jungen, sie war eiskalt. Bei Dracos Berührung zog der Harry zurück und wurde rot. Schon gut, es geht, sagte er fahrig und zog die Hand weg. Kopfschüttelnd sah der Slytherin zu seinem Paten. Onkel Reg, mach was. Der Black nickte und trat auf Harry zu und murmelte etwas. Im nächsten Moment spürte der Gryffindor eine angenehme Wärme, die ihn umgab. Er kannte das Gefühl bereits. Das hast du damals auf dem Astronomietum gemacht. Verblüfft sei zu Draco. Der grinste ihn nun an. Ja, und nun weißt du auch, wer es mir beigebracht hat. Regalus grinste. Ja, ein netter Zauber zum Aufwärmen. Leider hält er nicht lang. Daher sollten wir jetzt langsamer los. Eure Väter werden sich schon fragen, wo wir stecken. Besonders deiner. Er legte dem Gryffindor freundschaftlich eine Hand auf die Schulter. Ich möchte nicht den Zorn von Severus Snape auf mich ziehen. Also los, hier rein. Mit diesen Worten schob er die Jungen in eine menschenleere Gasse. Er streckte beide Arme aus und Harry und Draco griffen Schicksals ergeben danach. Severus Snape sah seinen Sohn Draco und Regalus noch eine Weile nach, dass ihm Narzisser Kerzen in die Hand drückte. Er trat auf die Terrasse und verteilte sie auf dem Esstisch. Sein Blick wanderte in Richtung Meer. In der Ferne sah er einen großen blonden Mann auf das Haus zu kommen. Luscious stieg die Treppe zum Kottisch nach oben und sah seinen besten Freund überrascht an. Dieser saß in einem der Stühle, die am Esstisch standen und reichte dem Blonden ein Glas Feuerwisky. »Saf, so allein?« wollte der Mäfer nun wissen und griff nach dem Glas. »Regalus ist mit den Jungen gerade eben ins Dorf repariert und deine Frau bezieht alle Betten neu. Scheint, als hätte sie ihren monatlichen Putzwahn.« fragte der Tränkemeister und grinste. Luscious ließ sich seufend auf einen der Stühle fallen. »Na, dann sternen wir sie mal lieber nicht. Und du? Das Glas Feuerwisky ist doch sicher nicht nur eine nette Geste, oder?« »Du kennst mich zu gut. Ja, ich habe eine Bitte an dich.« Service stellte sein Glas ab und sah seinen besten Freund ernst an. Luscious nickte. »She's los«, sagte und lehrte das Glas in einem Zug. »Harry würde gerne seine Freunde sehen. Noch ehe die Ferien zu Ende sind und ich halte das für eine gute Idee. Die beiden machen sich sicher ähnliche Sorgen wie Draco vor Harrys Rettung. Es wäre nicht fair, sie erst am 1. September einzuweinen. Der Fuchsbau ist nicht besonders geschützt. Dorthin zu apparieren wäre einfach zu gefährlich. Die beiden hierher zu holen genauso. Das Cottage sollten wenige Menschen wie nötig kennen. Wäre es dir möglich im Ministerium einen unaufspielbaren Portage zu besorgen? Ich würde mit Harry dann zum Fuchsbau reisen und auch wieder hierher zurück. Fragen sah er Luscious an. Dieser fuhr sich durch die langen blonden Haare. »Du weißt schon, was du da verlangst. Ich werde Fragen beantworten müssen.« »Das heißt, du machst es?« Service lächelte. »Ja, für mein Patenkind tue ich es.« »Ich danke dir, Luscious.« »Eine Bitte hätte ich noch. Würdest du mit Arthur sprechen? Nur damit die Wieslis vorgewandt sind. Nicht, dass Molly und seinen Fluch anhäckste, ehe wir überhaupt im Haus sind. Immerhin sieht Harry jetzt doch schon etwas anders aus und mit Verlaub, die Frau macht mir Angst.« Service lächelte nun auch sein Glas. »Wann?« War das Einzige, das Luscious fragte. »So rasch wie möglich. Ich möchte Harry diesen Wunsch schnell erfüllen.« Luscious nickt und erhob sich seufzend, irritiert seit der Tränkemeister ihn an. »Was machst du?« wollte er wissen. Luscious sah kurz auf seine edle Taschenuhr und ließ sie wieder in seiner Weste verschwinden. Arthur ist noch mindestens eine Stunde im Büro und die Abteilung für magisches Tramportwesen sollte auch noch besetzt sein. »Ich mache es gleich. Dann könnt ihr möglicherweise schon morgen zum Fuchsbau. Bis zum Abendessen bin ich wieder da.« Strahlend umarmte Serious seinen besten Freund. »Ich danke dir. Du hast was gut.« »Ja, das merke ich mir. Wenn Narcissa mal wieder an Weihnachten auf die Idee kommt, dass wir im Wald den Weihnachtsbaum per Hand schlagen, das können Rick und du in diesem Jahr machen.« sagte Luscious und griff nach seinem Gehstock. »Einverstanden.« Der blonde Zauberer nickte seinem besten Freund noch einmal zu und machte sich auf den Weg zurück, den er erst vor wenigen Minuten gekommen war. Im Ministerium Luscious Malfoy klopfte sich die Asche von seiner Robe. Er stand im fast leeren großen Atrium des Zaubereiministeriums. Gleich nachdem er das Cottage verlassen hatte, war er über Malfoy Manner und London hierher geflot. Er sah auf seine Uhr. Noch lag er gut in der Zeit. »Oh, Luscious, ich dachte, sie seien bereits gegangen.« Ein hakerer Mann mit einem schadaroten Umhang und einer Aktentasche kam ihm entgegen. Sofort setzte der Blonde seine kühle und unnahbare Maske auf. »Ah, Arnold. Ja, ich war auch bereits unterwegs. Leider habe ich eine wichtige Akte vergessen.« sagte er und sah den Mann vor sich abschätzig an. »Ja, das passiert mir auch häufig. Also dann, einen schönen Abend.« Luscious nickte in dem Zauber knapp zu und ging dann weiter. Zuerst wollte er zu Arthur Weasley. Der Fahrstuhl brachte ihn zur Ebene 2. Hier befand sich das Büro gegen den Missbruch von Muggelartefakten. Auch hier schien die meisten Mitarbeiter bereits nach Hause gegangen zu sein. Zügig setzte er seinen Weg fort und stand gleich darauf vor einer Tür mit der Aufschrift »Arthur Weasley, Abteilungsleiter«. Kurz zögerte der Blonde, klopfte dann aber doch. Er war erleichtert, als ein Herein zu hören war. Er trat ein und war schier erschlagen von der Masse an Gegenständen, die in das winzige Büro gestopft waren. Überlagen Muggelgegenstände herum, die meisten mit einer Nummer versehen. Einige kannte Luscious, andere waren ihm komplett unbekannt. Auf einem Regal stand beispielsweise eine Art Lampe, die fortwährend die Farbe änderte. »Oh, Luscious, was kann ich für Sie tun?« Der Blonde erschrak, als er plötzlich angesprochen wurde. Nun wandte er sich der Stimme zu. Arthur Weasley saß an seinem Schreibtisch und schien einige Akten zu orten. Er sah sein Gegenüber taxierend an. Luscious bemühte sich, ein möglichst neutrales Gesicht aufzusetzen. »Ich müsste etwas Dringendes mit Ihnen besprechen. Vertraulich.« Er drehte sich zur Tür und murmelte einen Zauber. Arthur sah ihn fragend an. »Setzen Sie sich doch.« Er wies auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch. Luscious tat wie im Geheißen und holte tief Luft, bevor er zu sprechen begann. »Es geht um Harry Potter.« Überraschung und Sorge spiegelten sich im Gesicht des Rothaarigen. »Arthur, Sie kennen meine Rolle in diesem Krieg.« Der Angesprochene nickte zaghaft. »Gut. Sarah Snape und ich haben den Jungen vor einer guten Woche aus dem Haus seiner Verwandten geholt. Ich möchte hier keinen Details nennen, nur so viel, dass er jetzt in Sicherheit ist.« Arthur nickte wieder und Luscious fuhr fort. »Er will mit seinen Freunden sprechen. Persönlich. Leider können wir sie nicht dorthin holen, wo sich Harry auffällt, aber er würde morgen gegen Abend gerne in den Fuchsbau kommen. Ich gehe doch davon aus, dass Miss Granger bei Ihnen ist.« Wieder ein Nicken des Anderen. »Sehr schön. Es gibt noch etwas. Also Servus hat den Jungen adoptiert.« Es war eine Blutadoption. Nun riss der Rothaarige die Augen auf. »Was?« Mit einer Hand brachte Luscious den Anderen zum Schweigen. »Ich weiß, es ist jetzt etwas kompliziert und schwer zu verstehen. Servus wird Ihnen morgen alles erklären. Er begleitet den Jungen... seinen Sohn. Sie wissen sicher, dass bei dieser Art der Adoption das adoptierte Kind gewisse Veränderungen erfährt.« Abwesend nickte Arthur Weasley. »Es ist nur nicht, dass Molly morgen in den Beinen einen Fluch anhext. Harry hat sich immerhin schon verändert und also Servus hat etwas Angst vor ihrer Frau.« Über das Gesicht des Rothaarigen bruschte nun ein Lächeln. Einige Augenblicke blieb es still zwischen den beiden. Arthur war der Erste, der widersprach. »Wann morgen? Und wie kommen Sie zu uns?« »Per Portschlüssel, welcher unaufspürbar ist. Und ich denke, gegen 18 Uhr wäre eine gute Zeit, wenn Ihnen und Ihrer Familie das passt.« Frank sah Lucius den anderen an. Arthur Weasley erhob sich und lief einige Schritte im Raum auf und ab. »Na schön. Wir machen uns alle große Sorgen um Harry, also dann um sechs.« Er reichte Lucius die Hand, die dieser sofort ergriff. »Danke, Arthur. Ich verspreche Ihnen, dass Ihre Familie jeden Schutz bekommt, die sie braucht. Weihen Sie Molly und Ihre Kinder ein. Der Rest muss unter uns bleiben.« Er drückte die Hand des Rothaarigen noch einmal fest und wandte sich zum Gehen, als Arthur ihn an der Schulter fasste. »Lucius, es geht ihm gut, oder?« Der Blonde drehte sich um und lächelte. »Ja, jetzt geht es ihm gut.« Sofrieden legte der Weasley und Lucius verließ das Büro. Vor der Tür atmete er kurz durch. Er war sich erst jetzt bewusst geworden, wie sehr die Familie Weasley am Leben des jungen Teils hatte. Die Angst und Sorge, welche er im Gesicht des Mannes gesehen hatte, war dieselbe wie in den Augen von Cerberus. Er hoffte inständig, dass am nächsten Tag alles gut ginge. Dafür musste er jetzt noch in die Abteilung für magisches Transportwesen. Er bestieg den Fahrstuhl und fuhr auf Ebene 6. Hier schienen ebenfalls keine Mitarbeiter mehr anwesend zu sein. Lucius war das ganz recht. Er hoffte nun inständig, dass im Portschüsselbüro noch jemand war. Er klopfte an der Tür und hatte Glück. Jemand rief ihn hinein. Als er eintrat, machte sein Herz ein Hüpfer. Hinter dem Schreibtisch saß Larry Hicks. Er kannte den alten Zauber bereits aus der Zeit, als er frisch von Hogwarts herkam. Er würde keine Fragen stellen. Lucius, welche Überraschung um diese Uhrzeit. Was führt Sie zu dem alten Larry? Der Mann sah den Blonden freundlich über seine dicken Brillengläser hinweg an. Larry, schön Sie zu sehen. Ich bräuchte einen Portschüssel dringend für morgen. Der alte Zauber nickte verstehend. Es soll zum Fuchsbau noch Devin gehen um 18 Uhr für zwei Personen. Da gibt es allerdings noch eine Sache. Er muss unaufspürbar sein. Larry, das ist wirklich wichtig. Lucius sah sein Gegenüber ernst an. Der weißhaarige Mann nickte. Warten Sie einen Moment. Larry stand auf und trat an ein Regal. Einige Momente suchte er etwas darin. Als er es gefunden hatte, murmelte er einige Worte und trat dann wieder hinter den Schreibtisch. Er reichte Lucius eine altmodische Taschenuhr. Bitte sehr. Um Punkt 18 Uhr aktiviert er sich und um zurückzukommen zu dem Ort, an dem sie waren, einfach auf den Knopf oben an der Uhr drücken. Die zweite Person soll sich an der Person, die es drückt, gut festhalten. Nach der Rückkehr verschwindet die Uhr von selber. Niemand kann den Portschüssel aufspüren. Der Melfer drehte die Uhr in seine Hand und ließ sie dann in seine Umhangtasche verschwinden. Dankbar sah er den anderen an. Ich danke Ihnen, Larry, auch dafür, dass Sie keine Fragen stellen. Lucius, Sie waren immer ein guter Freund und ich vergesse nie, was Sie damals für meine Frau getan haben. Also nehmen Sie das als Geschenk und bitte obliieren Sie mich. So ist es am sichersten. Erschrocken starrte Lucius den Mann an. Larry, das kann ich nicht. Ich... Er kam nicht weiter. Larry hob die Hand. Keine Widerrede, Lucius. Du bist einer der besten Zauberer, die ich kenne. Also los. Zögernd nickte der Blonde, hob seinen Zauberstab und sprach Obliviate. Der Weißhaarige schaute kurz verwirrt und lächelte Lucius dann freundlich an. Oh, Lucius, was kann ich denn um diese Uhrzeit für Sie tun? Larry, ich wollte nur mal Hallo sagen. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Besorgt sah der Blonde sein Gegenüber an. Mir geht's hervorragend, vielen Dank. Aber Sie sollten längst bei Ihrer Familie sein. Sie sind jung, da sollten Sie nicht den ganzen Tag im Büro verbringen. Lucius musste lachen und nickte. Sie haben recht, Larry. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Er hob die Hand zum Gruß und verließ das Büro. Als er draußen war, lehnte er sich kurz gegen die Tür. Er hasste es, Larry angelogen und obliviert zu haben. Er kannte ihn zu lange. Vor Jahren war seine Frau schwer krank. Er hatte dafür gesorgt, dass sie in St. Mungus eine kostspielige Therapie bekam und wie er geheilt wurde. Severus würde definitiv mehr tun müssen, als nur einen Baum fällen.